. Genau für sie hat er sich... Warum denn was? Für was? Und warum hat er das gemacht? Für ihre Sünden bitte. Du bist Gebeneteit unter den Frauen. Und Gebeneteit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Hier leg ich mir die Muttergottes. Die Wandermuttergottes, schauen Sie. Zeigen Sie mir mal, was die Muttergottes hinstellen wollen. Ach wie flüchtig, ach wie nichtig Ist der Menschenleben Wir schwören dir, unsere Treue ist im Grunde. Amen. Wir schwören dir, dass Österreich wieder katholisch wird. Amen. Was? Hat er dir deine Familie rausgeschmissen? Bitte. Was? Deine Erinnerung und Leipzig. Was ist denn im Ernst? Ach, wie flüchtig, ach, wie nichtig ist der Menschenglück. Wie sich eine Kugel dreht, die bald da, bald dort entsteht, so ist unser Glück gesät.